Beruf und Kinder, Freizeit, ade. Ich würde das jetzt verneinen, weil ein Kind ja schon sehr anstrengend bin, so für manche. Aber jetzt mal ehrlich, ist es nicht das Ganze wert, sein eigenes Fleisch und Blut aufwachsen zu sehen? Denn die Liebe zu dem Kind wird man zu einem anderen Menschen wahrscheinlich nie wiederhaben. Und es ist auch das Schönste auf Erden, sein Schützling, also sein kleines, junges oder Mädchen zu sehen und jetzt nicht die ganze Zeit im Büro zum Beispiel vom Computer zu setzen und einfach nur ein paar Zahlen einzutippen. Aber Freizeit, das könnte schon ein wenig beeinträchtigt werden, weil ein Kind, du denkst nicht mehr nur an dich selber, du denkst jetzt für zwei. Du musst aufpassen, was du sagst, wie du es sagst und was du dem Kind erziehst. Du selber willst ja nur das Beste für das Kind haben. Deswegen kannst du jetzt nicht einfach nur spontan auf ein Wochenende mit Freunden gehen und vielleicht Alkohol zu trinken. Das wäre ein schlechtes Vorbild. Das will man ja nicht sein. Man will, dass das Kind ein gutes und erfolgreiches Leben hat. Eins, das man sich selber wünscht. Und so will ich auch, dass meine Kinder aufwachsen. Ich weiß, jetzt mit 14, Kinderplanung ist vielleicht ein bisschen zu früh und ich habe auch nicht vor, dem nächsten Kind zu kriegen, weil, ja, so alt bin ich noch nicht. Aber vielleicht in der Zukunft irgendwann mal, wenn sich der Richtige findet, wird wahrscheinlich auch für andere, also für euch, auch die Zeit kommen, wo man sich denkt, ja, ich wäre jetzt bereit für ein Kind. Und da sollte man auch die negativen, auch wenn es jetzt nicht so viele negative Argumente für ein Kind, das ein Kind mit sich bringt, gibt, aber trotzdem. Wenn du dich entscheidest, ein Kind zu kriegen, sei dir bewusst, du bist voll und ganz bereit, für das Kind da zu sein. Und dir ist es nicht zu schade, jetzt mal auf ein spontanes Wochenende zu verzichten. Weil Urlaub kannst du ja mit Kindern auch noch machen. Dankeschön. Das heißt, wie viele Kinder möchtest du mal haben und was glaubst du, wie viel Freizeit dir da noch übrig bleibt? Jetzt mal, wenn es gut läuft, dann zwei. Aber ja, also Freizeit. Und mit den Kindern kann man ja auch mal spazieren gehen oder rausgehen. Also Freizeit bleibt mir schon noch viel. Jetzt nicht wirklich viel Zeit für mich alleine, aber ist es nicht besser, in Gemeinschaft zu sein? Ist es. Ich bin Vater, kann ich bestätigen. Danke vielmals. Deinen Applaus. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank.